Ein kleines Beispiel zum Thema Anlegen von Subnetzen in einem bestehenden Netz. Im Beispiel hier ist das Ganze so gedacht, dass wir durch eine äußere Vorgabe, also zum Beispiel eine IT-Abteilung, die über uns steht in der Unternehmenshierarchie oder ähnliches, einen gewissen Adressbereich vorgegeben bekommen. Oder anders formuliert, wir bekommen ein Netz vorgegeben, in dem wir arbeiten dürfen. In diesem Beispiel hier soll das mal die 192.168.8.0 sein. Und zwar mit einer Subnetzmaske Slash 23, also 23.1 Bits. Und unsere Aufgabe ist, innerhalb dieses Netzes hier, das kann man sich hier so als schönen schwarzen Kreis vorstellen, in diesem Netz sollen vier einzelne Subnetze angelegt werden. Hier in der Mitte ist ein Router. Man könnte sich jetzt nämlich vorstellen, dass diese vier Subnetze hinterher über den Router kommunizieren sollen, aber das mache ich dann in einem späteren Video. Aber die Vorstellung ist erstmal, wir möchten dieses Netz hier oben unterteilen in vier verschiedene Subnetze. Fangen wir an. Was müssen wir tun? Zunächst mal brauchen wir noch eine Zusatzinformation, beziehungsweise wir müssen klar machen, was diese Subnetze hier an Eigenschaften noch haben sollen. Nämlich, wir können sie auch unterschiedlich groß machen oder sowas. Das will ich jetzt an der Stelle nicht. Sondern die sollen alle maximal groß sein. Das heißt, dieser gesamte Adressbereich, den wir hier oben per Netz zur Verfügung haben, soll wirklich unter diesen vier Subnetzen gleichermaßen aufgeteilt werden. Und wir starten, indem wir uns erstmal überlegen, was ist denn jetzt Netzanteil eigentlich. Ich habe dazu die IP-Adresse dann wieder in binär hingeschrieben. Das ist diese hier. Ich lese jetzt nicht einen Haufen Einsen und Nullen vor. Und wenn man sich die ursprüngliche, also die vorgegebene Netzadresse hier anguckt, sieht die in binär Darstellung eben wie folgt aus. Wir haben einen Netzanteil. Das sind die grünen hier. Die gehen bis zum 23. Bit. Und wir haben einen Hostanteil. Der ist jetzt hinten auf 0 gesetzt. Dann haben wir hier oben diese Netzadresse. Darunter steht nochmal die Subnetzmaske in binär, damit klar ist, wo hier der Netzanteil aufhört. Und wir sehen 23 Einsen. Das heißt, auf dem letzten Bit des vorletzten Oktets hört der Netzanteil auf. Dahinter kommt Hostanteil. Das ist der Bereich, in dem wir jetzt arbeiten dürfen. Und wie gesagt, wir wollen jetzt dieses Netz unterteilen in vier Subnetze. Und was wir jetzt machen müssen, ist die Subnetzmaske quasi künstlich verlängern. Denn, um vier Subnetze zu erstellen, brauchen wir zwei zusätzliche Bits im Netzanteil. Nämlich, ja, oder beziehungsweise zwei zusätzliche Bits in der Subnetzmaske. Das kommt dadurch zustande, dass wir eben mit diesen zwei zusätzlichen Bits im Netzanteil jetzt eben 2 hoch 2, also vier Subnetze unterscheiden können. Und das wollen wir ja. Rechnerisch passiert die Folgen, dass man rechnet den Logarithmus Dualis. Das ist der Logarithmus zur Basis 2 von 4 aus. Und dann kommt eben raus, dass wir zwei Zusatzbits brauchen. Wenn wir jetzt also die vorgegebene Subnetzmaske nehmen und die jetzt um zwei 1 Bits verlängern, das sind jetzt diese roten hier, die bleiben jetzt auch in den nächsten Folien rot, dann haben wir jetzt eben statt einer 23er Subnetzmaske jetzt eine 25er Subnetzmaske. Und diese beiden Bits, die wir hier zur Verfügung haben, können wir gleich eben zur Unterscheidung der Netze benutzen. Die neue Subnetzmaske sieht wie gesagt dann so aus. Und wenn wir das jetzt anwenden auf unserem Netzbereich, das hier sind die gleichen 1.0 Folgen wie aus dieser 1.2.1.6.8 Adresse, dann haben wir hier jetzt auf diesen Stellen die Möglichkeit, durch 0.0, 0.1, 1.0 und 1.1 verschiedene Netze zu unterscheiden. Vorher war das hier Hostanteil. Jetzt ist es dadurch, dass wir die Subnetzmaske von 23 auf 25 Bits verlängert haben, Netzanteil geworden. Das heißt, diese beiden Netzadressen hier liegen nicht mehr im gleichen Netz. Die unterscheiden sich auf dem Netzanteil an einer Stelle. Damit sind sie nicht gleich. Und so setze ich das hier für alle vier Subnetze fort. Das heißt, Subnetz A hat jetzt folgende Netzadresse. Das ist, wenn man es mal übersetzt in Dezimal, das ist leichter zu lesen, die 1.9.2.1.6.8. Das sind die ersten beiden Oktets, an denen hat sich nichts geändert. Punkt 8.0, das ist quasi das Gleiche, was vorgegeben war, aber jetzt eben mit einer 25er Subnetzmaske. Das zweite Subnetz, also Subnetz B, hat jetzt die 1.9.2.1.6.8.8. Auch das sieht gleich aus Punkt 128, 128 deshalb, weil hier im letzten Oktet das erste Bit auf 1 gesetzt ist. Das ist die 128, eben auch mit einer 25er Subnetzmaske. Das Subnetz C hat jetzt die 1.2.1.6.8.9, weil hier im vorletzten Oktet jetzt noch eine 1 dazukommt. Das heißt, es ist nicht mehr 8, dafür hinten Punkt 0, weil auf dem letzten Oktet alle Bits auf 0 sind. Und zu guter Letzt, das Subnetz D hat jetzt die 1.2.1.6.8.9. Im vorletzten Oktet wieder eine 1 zusätzlich und im letzten Oktet die erste 1 auch gesetzt, so dass hier Punkt 9.128.25 auskommt. Ja, und jetzt haben wir eben den gleichen Adressbereich wie vorher. Der ist jetzt aber unterteilt in vier einzelne Subnetze, die jetzt eben ohne Routing nicht mehr miteinander reden können. Was wir an dieser Stelle auch sehen, sind noch zwei Effekte, auf die ich kurz eingehen will. Eine Netzadresse muss nicht hinten zwangsläufig die Punkt 0 haben, wie man hier sieht. Auch die 128 ist hier eine Netzadresse. Und nur weil zwei Netze auf dem vorletzten Oktet irgendwie gleich sind, oder auch auf allen anderen davor gleich sind, müssen sie noch lange nicht im gleichen Netz liegen. Das kommt halt im Wesentlichen auf die Subnetzmaske an.